Komm doch einfach mit rein. Oh, nein, ist schon viel zu spät. Okay. Wer war denn zuletzt? Oben, du oder ich? Was soll das werden? Oh, ich hab's mir überlegt, ich bin doch müde. Sag Herren zu mir, du widerlicher kleiner Wurm. Ehrlich, manchmal ist man als Single echt am Arsch. Oh, nein, okay. Vor einigen Jahren haben meine Freunde und ich eine Wette abgeschlossen. Okay, Jungs, seid cool, ne Tomcatswette. Der letzte Single kassiert den Pott. Du bist raus, wenn du schwul wirst, Gary. Gary ist raus. Ich brauche so dringend die Kohle. Gib mir die sieben, die sieben. Sie schulden uns 51.000 Dollar. Plus die Minibar. Da komm ich nur wieder raus, wenn ich den letzten von uns Tomcats Oh, yeah, baby! unter die Haube kriege. Hey, wir haben gerade deine Freundin überfahren. Freundin will ich nicht gehört haben. Zum Glück hatte ich meine Geheimwaffe. Oh, fuck's a lady. Also, du müsstest Kyle innerhalb eines Monats heiraten. Ich heirate niemals. Klar, Süße? Überhaupt kein Problem. So unfruh wird das schon nicht sein. Ich glaub's einfach nicht. Ich hab Nathalie direkt in die Fänge des Satans geschickt. Meine Augen! Revolution Studios präsentiert... Freddy's Firma hat da was entwickelt. Das ist schärfer als Viagra. ...eine Komödie. Davon kann man glatt zehn Flaschen saufen. ...die zeigt, wie hart es sein kann. Wir sind alle sehr erregt, heute hier zu sein. Offensichtlich. Single zu bleiben. Wollen wir Körperflüssigkeiten austauschen? Besonders hart für die Jungs... In die verknallst du dich nicht. ...die immer nur an das eine denken. Aber wer zuletzt kommt, kommt am besten. Lass sie flachlegen. Die erste, die dir begegnet. Die erste, die dir begegnet. Hi. Zauberhaftes Lächeln. Die zweite, die dir begegnet. Tomcats. Wahnsinn, ich wollte schon immer mal von der Domina verdraschen werden. Jetzt kommt Domi!